Hallo und tschüss. Willkommen. Was? Ich weiß nicht wovon die Fälle sind. Wir sind in einer richtig coolen Hole. Von wo sind wir gekommen? Da ist ein Miro. Ich weiß nicht mal wo du bist. Ach da. Oh ich hab dich grad geschlagen glaube ich. Ja. Schöne. Nein, nicht inzwischen. Ja. Hallo. Der Helm müssen von da links kommen. Da. Ist noch einmal für drum rum. Okay, dann gehen wir in die Richtung weiter, oder? Was in welchen? Die da. Achso, links. Wo man noch nicht herkommt. Also wir sind da herkommt. Ah, okay. Ah, pass auf! Der war voll auf dich fokussiert. Der hatte ich grad den Tanzen nochmal. Da kommt noch einer hinter dir. Und sicher weg. Hahahaha, der hat mitmacht. Alla. Weck mich. Es leckt. Ich kann meinen Zaubertrank nicht nehmen. Okay. Ich kann meinen Zaubertrank nicht nehmen. Kommst zurecht. Du musst auf dein Leben. Ja, ich konnte den Trank grad nicht nehmen. Ach, gut. Okay. Da schnapp die mir den Loot vom Auto weg, alter. Wir haben halt nichts zum Fackeln machen. Wieso? Ich hab leider auch nichts. Mach mal. Da muss ein Schatz. Hier muss noch ein Fabrik. Lol. Echt jetzt wo? Lass hin. Darf ich hin? Ich hab's gefunden. Ja. Hast du Wooten Road? Oh, da hell. Ich bin nicht von da gekommen. Äh, nein. Okay. Aber, was ist denn? Oh, ja. Und. Und. Was ist denn mit dem? Was ist das? Oh, warte mal. Ah! Guck mal! Da schieß es ein Viech! Ich bin ein Viech. Töten! Dieses Bling, Plung, 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 Brung. Das Viech da. Ah, wo? Ich bin geblendet, ich seh nix. Eins ist gleich so. Ich schau, bleib tot. Stirb. Okay. Wie du mir, ich soll euch dir. Nein, wir sind von da gekommen. Nein, Lübe. Ich bin nicht von hier gekommen. Doch, na klar. Du bist geschätzt. Ist einfach eine andere Seite gekommen. Nein. Mal gucken, hier sind diese zwei Bäume, wo wir drauf waren. Hä, echt jetzt? Nein. Warte mal, bleib mal kurz hier. Ja. Bleib mal kurz hier. Ja. Ähm, ich seh den Ausgang. Ja. Oh mein Gott. Der Schlau ist ein Vieh. Hä? Ich bin da unter Wasserhöhle. Hilfe! Oh Gott. Entschuldigung. Ich will nicht schreien. Alter. Ah. Ich hab ein großes Problem. Ein sehr sehr großes Problem. Ich bin da ganz tief runtergefallen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da gehts ganz ganz tief runter. Oh mein Gott. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Okay. Wie geht's schon. Ich bin grad überfordert. Man ist schon scharf. Es waren grad die ganze Zeit Viecher. Oh, das ist von den... Null! Warte mal, was hab ich für Blocks bekommen? Hä? Null! Blue Carpet! Geil! Da schwamm ist ein Viech! Wo? Ein Baum! Lull! Wie viele? Aua! Sieht so dämlich aus! Machst du dir runter! Oh mein Gott, echt jetzt? Nein, 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 nein! Im Wasser? Gioranimo! Oh! Das sah knapp! Ah, das schafft! Guck mal, Aida! Ich bin doch vorher voll runtergeflogen im Wasser! Das ist wie in Minecraft, das zieht dich voll mit runter! Und da geht es noch viel viel tiefer als die Höhle! Dann hat mich das voll runter... Hä? Komm, gehen lieber! Okay! Weiter! Loll! Ich hab mich gerettet! Loll! Ich hab mich gerettet! Wieder runtergefallen! Ich hab mich mit G gerettet! Oh, Pilze! Oh ja, Pilze! Ne, geh mal die Pilze! Ich will auch! Was noch mehr? Na, können wir mir die Mining Cell machen! Ja! Ich hab die andere ja auch! Alter, aber die Höhle, die sieht ja geil aus! Doch, ich hab die andere dabei! Die ist echt geil! Vor allem, das geht alles so einfach drumrum! Ich weiß nicht, wenn ich voll den Herrn Eingang gleich Ausgang fahren kann! Und dann ein Wispel. Ja. Oh mein Gott! Echt jetzt? Du bist so dämlich. Ich warte doch noch gar nicht. Ich bin über so'n Hubel drüber. Du kannst meinen Teleporter platzieren, wäre mir vielleicht ganz arg recht. Ja! Ich wollte ihn einsaugen. Ich nutze die Macht, ich nutze die Macht. Wo ist denn da? Einfach so, dass du hinkommst. Ah, mein Teleporter. Cool. Geil. Ich wusste, dass das geht. Okay, hab ich nur ein bisschen mitgenommen. Ja. Schau platzieren. Ja. Ja, das wissen wir bereits. Hö, man kann am Gegenstelle teleportieren. Hö, lol. Hä, echt jetzt? Hä, wie geil. Achso. Ah, cool. Lol. Das heißt, du kannst mir quasi rüber geben. Nur eins. Toll. Ich dachte den Stack. Vorsichtig. Okay. Ja, ich wollte nur meine Sachen wieder. Kann ich ja deine Startung übernehmen. Äh, dein Teleporter. Willst du nehmen oder soll ich nehmen? Nimm du ihn. Ja, aber ich sterbe. Ich bin ja der, wo die ganze Zeit stirbt. Ja, aber ich kann ja auch sein. Ich sterbe. Ich hör die ganze Zeit so geile Musik. Achso, warte. Fisch. Okay. Ich sag nichts. Gut. So. Wo gehen wir denn weiter? Ich hab Tanzhafen gefunden. Gibt's keine Gebäude, die man finden kann, oder? Das ist doch echt nett. Das wär voll cool. Entschuldigung, ich war sonst gestorben. Was? Mach's einfach wie in meinen Kopf. Wof? Sterben. Nein. Nee. Nee. Ich hab's zuerst gefunden. Nee, gar nicht wahr. Ich wollte genau so in die ganze Zeit. Alter. Du hörst du die auf der linke Seite, die nicht gesehen? Wof? 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 Das kriegst du das? Zwiebeln alte. Unions. Ne. Tonips. Was ein Tonips? Ich hab kein Medo die Schalter. Tonips. 話 Toom-Ding economischen ilim dass ich ja noch mal so ein Viechenbiet hält. Minaaa Arz. Gott anna Oh, das sind so viele Höhlen. Was sind wir denn überhaupt? Was wollen wir denn jetzt machen? Ich glaube nach Osten. Ost, Nord, Süd, West. In die Richtung. Warte mal, was ist das? Guck mal. Okay, das ist gut. Anscheinend nur ein Grafikfehler. Das sieht aus wie es so Glöcke im Wasser. Jetzt bin ich runtergefallen. Das sieht anders aus. Das schläft. Und es leidet. Oh. Guck, es leidet. Es schläft. Wo bist du? Hinter dir. Hä? Was ist denn was? Ich befreie es von seinem Leiden. Armes Leafy. Alter, riesiger Baum. Alter. Alter. Oh mein Gott. Jetzt will ich diese Lampa Eggs von Minecraft. Lass Baumhaus bauen. Alter, ich will einen Baumhaus bauen. Das ist mein Pils. Holzbäume gebrauchen. Boah. Ich bin da in der Höhle drin. Was? Nein. Das ist ganz gut von ruhig. Okay. Ich fahr einfach weiter nach Osten. Huch. Hui. Hey, ich will auch nach oben, du Bustel. Das ist ja gemein. Hört sich das eigentlich so, oder ist das einfach ein Bug? Huch. Boah, das sind noch mehr von den riesigen Bäumen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck mal, das ist eine Masse da oben. Das ist ganz zu. Lass mal versuchen hochzufliegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So einfach wie so viel gehört. Komme. Honig. Schlürfen. Cool. Oh, sie sind voll viele Blumen. Zum Tränke machen. Zum Tränke machen. Zum Tränke. Oh mein Gott, guck mal, das ist ein großer Wald. Oh, voll geil. Guck mal nach Süden. Moment. Nein. Oh. Hatte ich aber Glück. Guck mal noch ein bisschen weiter nach links. Was ist das für ein riesen Baum? Alter. Boah. Boah. Einer. Hallo. Hi. Okay, wo? Weitere. Soll ich mich fliegen. Ich geh im besten weiter nach Aua. Nach Aua? Nach Osten. Ich will aber nicht in den Östen. Doch kommt noch mit mir raus. Boah. Der war jetzt mies. Entschuldigung. Ist mir leid an alle beteiligt. Soll ich mir das ganz nacken mal? Soll ich mir das ganz nacken mal? Doch pfeift dich. Oh mir war grad kalt. Lol. Ich spring mal hier. Nein hier. Wo ich bin. Wurde kalt. Ah ja. Warst du mich so hoch oder was? Ja. Ja du wirst es sogar. Fliegt nicht so hoch sonst wird es kalt. Ja. Gut ich will dir nicht ins Hinterland verrücken. Weiß ich nicht. Vielleicht schon. Da ist es kalt. Schöne Aussicht. Der Baum sieht ja aus wie Baum des Lebens von Avatar. Von hier kommst du voll so stufenweise hoch. Guck mal. Komm mal zu mir. Ich komme. Vorsicht da geht es runter. Ja. Ja richtig. Guck mal. Dann kannst du so stufenweise runter. Was denn? Jetzt guck mal hier runter. Da kommst du stufenweise runter. Ja. Wow. Ich lade hoch auf den Baum. Ich nehme mir einen Platten. Ich will einen Platten nehmen. Geh mal nochmal da. Da ist ein Blumen. Pass mich auf. Alte viele Blumen. Ah das wird lebt. Betränke. Aua. Hm? Hmm? Schon runtergefallen? Ne ne. Wie. Wie viele Blumen da aussieht. Ich fühl mich wie Tarzan. aber okay weiß nicht alles musik die lille die lille die lille die lille die lille die lille der junge musik rasche kann voll aus diese blumen folge betrieben ist wahrscheinlich drei oder blumen schon ja das kommt richtig nicht Echt nicht? Ne. Ja, ja schon mal. Echt? Weiß ich nicht. Anscheinend. Oh, Blumen, Blumen, heu ja, leck, komm. B-Wax, 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 B-Wax. Ich wachse den Baum höher. Oh, das ist auch noch hoch. Alter, wird sich immer höher. Oh, hier ist es auch kalt. Ja, und da geht es dann noch höher. Oh, lass er ganz nach oben gehen. Boah, dieser Ausblick über den Wolken. Ich hab doch einen neuen Titel gefunden. Oh, das war doch komisch. Wo bist du hin? Ich komm mal. Hi. Hi. Oh, geil. Mir wird es kalt, aber nur ganz langsam. Wir müssen jetzt einfach nur irgendwo hingleichen. Das will ich waschen. Au. Hey. Jetzt bin ich langsam. Ich kann mich bewegen. Okay. Tu das nicht. Au. Ich glaube, wenn wir nach Nordosten gehen, dann... Jo, dann passt's auch. Es müssen auch neue Gebiete kommen. Okay. Was in Nordosten? Mhm. Alter, das wird voll kalt. Wir müssen mal da runter. Wow, wie geil es aussieht, wenn man so Sturzflug macht. Wie die sich so einklappen, die Flügel. Ich würde lieber meine Geschwindigkeit behalten. Cool. Was? Alter, ich flieg gerade nirgendwo rum. Aua. Lol. Nein, die Blätter. Was ist hier oben? Was ist hier, Liefi? Alter, das ist voll stark. Wer? Au. Nein, das hat mich vergiftet. Denk für den Lut. Wow. Oh nein. Oh, das ist ein Zupfgebiet, glaube ich. Cool. Das hat nur das gleiche Lut wie ein normales Liefi. Okay. Ich habe zumindest nichts anderes gelöst. Ein paar Blätter mit klein. Das Geräusche wie auf diesem Laub hier. Cool. 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 Das ist wie so eine Treppe. Ja. Ja, dann. Halt nicht. Ich weiß nicht, ob wir auf den Boden sollten. Oh, das war knapp. So, bist du? Ich fühle mich ganz wohl oben. Hier oben auf den Blättern. Oh mein Gott. Was steht da alles oben? Alter. Moos. Lass mal runter gehen. Unter. Alter, boll doch nicht unter mir einen Baumstamm machen. So, das ist ein Moos. Mhm. Oh geil, hier kommt ein ganz viel Moos. Oh geil, hier kommt ein ganz viel Moos. Der ganze Baum ist voll. Was ist denn das da unten von Wasser? Guck mal, hier komme ich voll runter. Wie eine Treppe der Baum. Oh, ich bin runter. Oh stimmt. Geil. Ui, jetzt sind ganz viele Viecher gespawnt. Bockwater. Requires Diamond Mining Cell. Ja. Alter, Pumbaa. Hakuna Matada. Ah, süß. Du hast recht. Oh, gehst du hin. Weiß nicht. Die sind so schnell, ich krieg die nicht. Wo, wo, wo? Ach da. Da ist hinter dir. Ich will wissen, was da drin ist. Entschuldigung. Was soll ich mir nicht trinken? Benutzt, oder? Oder hinten ein Schimm, oder was? Okay. Ach, der Basic Health Potion. Oh nein. Wir sind schon über 20 Minuten. Oh mein Gott. What? Fehlen. Danke fürs Zuschauen. Cool. Wines. Ach cool, einfach so Wines. Oh, lol. Cool. Okay. Ich glaub dann. Ja. Ah, geil. Das hat so ein Leder. Oder so ein Fels. So ein Feral Pixie vor. Hat es fallen gelassen. Da können wir uns eine Iron Sword damit machen. Oh geil. Das brauchen wir für Iron Sword. Ich hab zwei. Und eins braucht eine Iron Sword. Also wir können uns vielleicht bald zwei essen. Okay. Okay. Oh lol, ich hab noch die Baupläne gekriegt. Oh lol. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Oder manchmal. Tschüss. 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 Vielen Dank.